Seit mittlerweile 150 Jahren gibt es das Deutsche Rote Kreuz in Deutschland. Der Kreisverband Göppingen hat das Jubiläum am vergangenen Wochenende auf dem Göppinger Marktplatz gefeiert. Dabei gewährten die DRK-Mitarbeiter unter anderem Blicke in einen Notarztwagen und erklärten den Besuchern die medizinische Ausstattung im Fahrzeug. An einem anderen Stand gab es alle Informationen rund um die Organisation des Roten Kreuzes im Kreis Göppingen. Wir haben acht Ortsvereine hier, die sich in den größeren Orten hier im Landkreis engagieren. Insgesamt gibt es über 1000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Darüber hinaus haben wir auch eine hauptamtliche Organisation mit knapp 200 Mitarbeitern, die sich im Rettungsdienst engagieren, die pflegerische Dienstleistungen erbringen, Erste-Hilfe-Kurse organisieren. Also auch da ein ganz breites Angebot. Ganz plötzlich interessierte sich aber kein Besucher und kein Fußgänger mehr für die verschiedenen Stände. Denn wie aus dem Nichts wurde aus dem Marktplatz innerhalb kürzester Zeit eine riesen Tanzfläche. Aus allen Himmelsrichtungen kamen junge Tänzerinnen und Tänzer und veranstalteten in der Stadtmitte einen Tanzflashmob. Das war eine Idee vom Jugendrotkreuz. Die haben gesagt, lass uns mal was Besonderes machen bei diesem Aktionstag. Nicht nur die Angebote, die man immer macht, sondern mal was Neues organisieren. Da kam der Vorschlag, so einen Flashmob zu organisieren. Und die Idee fanden wir ganz gut und haben die Tanzschule Bartholomei als Partner gewonnen. Genauso schnell, wie die Tanzschüler gekommen sind, waren sie nach knapp zehn Minuten auch wieder verschwunden. So als ob nie etwas gewesen wäre. Das Fest auf dem Marktplatz mit dem überraschenden Flashmob war nicht die einzige Veranstaltung zum 150-jährigen Jubiläum. Das ganze Jahr über gibt es immer wieder entsprechende Events. Im Frühjahr haben wir schon eine große Fotoaktion gemacht. Da haben wir mit 300 Haupt- und ehrenamtlichen Rotkreuz-Mitarbeitern ein großes Rotes Kreuz gebildet. Da gibt es tolle Bilder davon. Und im Herbst, beim verkaufsoffenen Sonntag hier im Oktober in Göppingen, da wird man eine große Infoshow auf dem Schillerplatz machen. Also auch da lohnt es sich, vorbeizuschauen. Dann hoffentlich bei besserem Wetter und mit weniger Regen. Denn wegen genau dem wurde die Veranstaltung am Samstag zwei Stunden früher beendet als geplant.